Ich wollte unser Gespräch über die verwaltete Welt beginnen mit der Feststellung, dass der moderne Mensch herumirrt, suchend nach seiner Freiheit. Und die Art, wie ich eben zu unserem Gespräch gekommen bin, wie ich weiß, dass auch Sie kamen, erinnert mich sehr an diesen Zustand. Jetzt, vor einer halben Stunde, sollte ich bereits woanders sein. Und von Ihnen, Herr Professor Horkheimer, weiß ich, dass Sie in einer Viertelstunde bereits im Nachhinein sein sollen. Und wir wollen uns doch ausgiebig, ruhig und vernünftig über dieses so enorm wichtige Thema unterhalten, die verwaltete Welt. Und da sitzen wir also, sozusagen zitternd, nervös, weil andere Termine auf uns wachen. Von diesem Zustand müssen wir frei werden. Ich für meine Person werde ich jedenfalls bei uns am Gespräch jetzt so tun, als ob ich beliebig Zeit hätte. Und ich denke, dass aus diesem Allzuobkopf eine Wirklichkeit werden kann. Das ist, glaube ich, genau das Thema unserer Hand. Ob es möglich ist, eine solche Hand reinzunehmen und daraus eine neue Wirklichkeit zu machen. Das ist, glaube ich, genau das Thema. 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 Das ist, glaube ich. 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 Pulling character. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.